hallo und willkommen zu minecraft fight club heute brech mal levy mode an wie ich das finde und viel spaß mit den zwei runden habe ich einfach noch das falsche texture pack drin das texture pack wo ich gerade drin habe kommt erst am freitag ja genau heute möchte ich auf jeden fall levy mode mal ansprechen weil ja das ist schon ziemlich cool macht er kommt er auch okay tschüss und nächste runde ja jetzt noch nicht ganz fertig geworden und dann noch schärfe und da will ich noch schutz drauf machen das habe ich geschafft alles anziehen ja zurück zu levy mode hallo rein ja dieses block hinten zu sehen ist einfach einfach viel einfach auch bei den runden kommen einfach nicht zum reden sortiert was alles aber bei der runde muss ich jetzt ein bisschen länger zum gegner glaube ich ja levy mode ist einfach eine bereicherung jeder wollen pvp problem hat holt euch levy mode ich tue es in die beschreibung weil da hat er gerade zwei gold äpfel gegessen oder auch ich wollte mich gerade heilen okay dann halt bis gleich so eine scheiße man ich möchte doch mal gewinnen ich bin so oft im finale seitdem ich levy mode habe aber gewonnen habe ich noch nicht aber das kommt irgendwann kommt es irgendwann gewinne ich ich vergesse das thema nicht wo ich und durch levy mode ist es möglich man wie kommentiere ich heute recht schlimm gold apfel und drauf war der grad hin aber es ist wirklich so wenn man öfter spielt und warm ist wenn man öfter spielt und warm ist dann ist es einfach besser ja man gewinnt man einfach einfach besser alles unter kontrolle wieder gold apfel rein und mal sehen ich kann auf jeden fall levy mode wirklich empfehlen holt es euch ist eine tolle bereicherung und dazu gibt es noch schöne flügel und so jetzt muss ich erstmal aussortieren mann wie ihr die schöne flügel am anfang gesehen habt ja solche schöne flügel gibt es da oder hüte oder sonst irgendwas aber bestimmt kennt jeder schon levy mode ich bin der einzige wo es nicht gekannt hat deswegen brauche ich da gar nicht rumreden oder sowas ich bin im halb finale da kommt der gold apfel rein und alter freier flug ich bin finale leute finale oh ok ich hole mir den speed trank sprung trank mag ich nicht und ganz ruhig bleiben ganz ruhig bleiben gold apfel und ganz chillig da drauf bleib stehen bleib stehen als ob ich habe gewonnen mein erster sieg leute finale ich habe gewonnen oh ich habe gewonnen alter nein ok lasst auf jeden Fall ein like da für dieses finale ich habe das erste mal gewonnen und abonnieren wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in der endcard kommt jetzt noch ein video mit meiner freundin ein horrorspiel und bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss